Die Barrikade Sie sind ja nicht hier schon drin und schwärmen uns Warum lassen die sich Zeit? Stehen die draußen und sind so Ich wette, sie machen sich gerade in die Hose Gleich schicken wir die ganzen Mega-Level rein Wir müssen irgendwie das Blatt wenden, sonst sind wir erledigt Die Falltür Die Falltür, mein Kind Kaito, die Falltür Was ist im Hintergrund los? Was ist mit den ganzen Ach, das ist der Raucheffekt, der mit den Schatteneffekten rumspielt Oh mein Gott, das ist verstörend Dieser schnelle Dieser schnelle Wechsel einfach von einer Fläche Dunkel und hell Wegen den Raucheffekten Damn Aber ja, Kaito, ganz ruhig Wir haben eine Lösung hier Bleib ruhig Wir werden, Drackmon Wir werden, wir werden, aber es ist eine Schattenstoffe Wir werden, die Gäste Bia, ich will mir die Frau nicht auf den Kuchen. Ich muss mich nicht mehr überlegen, Miu! Ich bin jetzt, Miu! Woh, Moment, Miu! Ich habe mich nicht überlegt, Miu! Ich habe mich nicht mehr verletzt, Miu! Was? Was ist das? Was ist das? Hilfe! Hilfe! Geh, Geh, Geh! S-Saki-san? What's going on? Saki! I couldn't stop. Hey, hey, what's going on? Everyone is all over. Yeah, really? How do you do? Everyone in such a dangerous situation, just like this. Aoi-san, calm down. You don't have to worry about me. So... So, sorry. Sorry. I'm sorry. I'm not going to be calm. What should I do? Well... Let's go ahead. Let's take a step. and get away from the edge. That's right. One more time. You have to keep the enemy. I know. I know. I know. Let's do this. Minoru-kun, Falcomo. You can save us the right path. What? But... Why are we? Get worse, Falcomo. You can save us your life. You can save us money in the past. You can save us all the time, and you can save us all the time. Yes. You do not have to make a better decision... That's right. I'm so nervous about it. What the way I got to get in the end. Takuma-kun, Sie und Agumon können uns mit mir und Saki-san sammeln. Nachdem Sie mit mir helfen, können Sie mit Minoru und Gou-Ryu stecken. Das stimmt. Okay, Saki! Herr, Sie haben... Wie war das mit mir? Nicht jetzt, alter Mann. Das können wir nachher machen, okay? Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen, aber trotzdem. Oh, Jigimon kommt mit? Perfekt. Wir haben ein Mega-Level auf unserer Seite. Der Nebel wird dichter. Mist, uns bleibt keine Zeit. Nicht viel Zeit, dasselbe. Ich bin da? Saki-san? Aoi-chan, alle! Was wir noch tun, hast du durch den Wind, durch die Entfernung und alles einfach so gehört. Ha? Der Thronsaal ist doch wohl im Schloss drin. Habt ihr gesehen, wie weit der Schloss weg war? Vor allem untypisch für ein Schloss war der Thronsaal sogar irgendwie oben im Dach. Aber, hey. Das war creepy, wie der unterbrochen wurde. Ich kann ihn mir nicht nochmal anhören. Ich kann mir nicht nochmal anhören, wie er schreit. Okay. Müssen wir das. Ich habe den Nebel nur dank Miyuki überlebt. Nachdem sie jetzt unser Feind ist, so ein Wunder wird es nicht nochmal geben. Das wäre das Ende. Oh mein Gott. Ich meine, ja, es tut mir leid für die Kleinen, aber es wäre besser für uns gewesen, hätten wir Kaiti und Mio geholt, Digimon geschnappt und wären einfach abgehauen. Das wird uns hier noch richtig hart in den Arsch beißen. Das wird uns hier noch übertrieben hart in den Arsch beißen, wenn das so weiter geht. Ne. Warum steht ihr? Oh right, ihr müsst gerettet werden. Ähm, ich kann noch mitnehmen. Ein weiteres Digimon, Sculptraimon. Da sind eine Menge Truhen auf dem Weg hier. Die drei dürfen nicht sterben? Ich würde sagen, Sculptraimon holt sich die Truhen schon mal. Okay, nochmal ein Stürmangriff plus. Vielleicht, falls man es übersieht beim ersten Mal, maybe. Oh, nur ein HP? Dann reicht nochmal der Angriff. Oh, du schreist. Stimmt ja. Yo. In so einer kleinen, unscheinbaren Truhe? Ich sollte eigentlich digitieren. Er ist hier sonst noch irgendwo eine Truhe. Ich glaube, sonst ist hier auf dem Kampffeld nichts. Nö. You're done. Nice. Auf den CC von den Viechern kann ich nämlich verzichten. Sculptraimon wird sich um das Viech da alleine kümmern nachher. Sollte er eigentlich hinkriegen. Ja genau, komm zu mir, komm zu mir. Nicht angreifen. Komm zu mir. Nein. Okay, Gift ist fein. Aber es war sehr gefährlich von euch. Sehr unvorsichtig. No, 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 no. Du wirst dich schon genau dahinter stellen. Resist. Auch resist. Dann nehme ich die geringe Chance auf Crowd Control. Nice. Dann kann ich den eine Runde lang in Ruhe lassen. Spiral-Flower. Spiral-Flower. Oh, Power. Oh, der Power-Boost. I love it. Das tut weh. Das tut echt weh. Und der blockt. Ich glaube, wenn er nicht blocken würde, der wäre jetzt down. Kann ich dich erreichen mit Höllen? Höllen-Spirale, ja. Aber Höllen-Zerstörer. Gerade so. Nice. Thank you, Skull-Greymon. Oh no. No, 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 no. Oh, kannst du heilen? Oh, du hast heilen. Oh, Gott sei Dank. Ey, du kannst dich ja mal angreifen und dich da aus dem Staub machen. Ja, bei dir verstehe ich's. Na komm, du tötest jetzt einfach das Viech. Nochmal angefreicht, oder? Ja. No. Spiral-Flower. Da kommt einfach so ein riesiges Saurier-Skelett auf dich zu und gibt dir die Kralle ins Gesicht. Spiral. Yeah. That's how it's done. Ok. Hatten eine kleine Cutscene. Nice. Wie viel Power hast du? Was ist deine Potency? Yo! Yo! Und es hat eine echt hohe Reichweite. I love it. I love it. Zwei Ausdauerkristalle, sure. I love it. I fucking love it. I love it. I love it. I love it. Warum bist du hier? Warte, warum bist du hier? Halt mal, Moment mal, Moment mal. Warum bist du hier? Sollst du nicht oben den Ausgang sichern? Wo sind Kaito und Miu? Oh. Oh. Baby und Ausbildungslevel sind auch hier, aber... Hä? Oh. Oh. Wie lange, ich bin ein Teil von euch dabei. Ich bin ein Teil von euch dabei. Ich bin ein Teil von euch dabei. Ich werde mal kurz vor. Ich bin ein bisschen zu schülung. Ich bin ein bisschen zu schügel. Ich bin jetzt wieder zu schügel. Minoru, die Kaihto sind dann schon angekommen? Ich bin nicht mehr so schön. Das ist noch nicht so. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch so, wie ich noch schügel. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht erinnern kann. Oder ich weiß nicht, dass ich mich nicht erinnern kann. Wie geht's denn? Das sind die beiden! Ja, du solltest dein Digimon mitnehmen? Ja, du solltest dein Digimon mitnehmen und Tachma. Ich bin auch. Ja, wenn du hier bist, dann kannst du dich mitnehmen. Nein, es ist auch notwendig, dass du alle anderen Weg zu retten. Ich werde hier nur ein wenigstens. Aber... Es ist okay, ich werde Tachma守. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, dass wir uns alle wegnehmen können. Oh, Aoi! Ist das gut? Wenn ihr Taktuma ist, dann ist es gut. Ich glaube, dass ich es für mich. Ich habe nur Taktuma gebetet. Ich habe mich überrascht, wenn ich mich überrascht. Ich bin so bereit. Deswegen, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass wir uns mit den beiden wieder zurückkommen. Ja, ich bin bereit. Dann gehen wir. Dann gehen wir hier. Wir werden mit den Gehästen mit den Gehästen. Bekommet, Takuma, Takuma. Wir sind sicher, das auch. Wir sind sicher. Der Nebel ist hier so dicht und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, Tomi, hoffentlich geht es euch gut. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Damn. Das ist jetzt egal, Dude. Dude, Dude, das ist egal. Jetzt mach nicht so einen sentimentalen Bullshit. Nein, ihr dreht euch jetzt um und lauft. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Great. Wie kann man ein... Hä? Mit einem Erwar... Hä? What? Was soll er noch alles tun? Was soll er noch nicht? Was soll er noch nicht? Sie sind... Sie sind... Ich habe mich nicht verletzt. Oh... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde mich wieder helfen. Wie soll ich mich wiederholen? mein gott jetzt schnapp dir die beiden takuma wirf sie dir über die schultern wenn es sein muss und lauf